Moin Leute und willkommen zu einem, ja, Let's Play LAN-Party. Und zwar LAN-Party von Final. Das ist nicht so das, was man, bzw. was ich so häufig oder hin und wieder mal mache mit meinen Real-Life-Mates, sich zu treffen, um mal ein bisschen zu spielen. Sondern ich bin hier auf einer LAN-Party mit einigen Final-Membern. Und zwar habe ich hier David Aka-Avaran. Hallo! Aesthetics Aka-Neels oder andersrum ist besser. Und Bombi Aka-Philipp steht da hinten in der Küche und macht einen Mini-Pitzen. Großart! Und wir haben Matti Aka-Matti. Ja, und die haben uns ein schönes kleines Heuschen irgendwo der Pampa gemietet und sitzen da jetzt und sind voll die Nerds. Alter, lecker Pippe, Philipp. Echt? Das ist NRW, Mann. Und zocken. Ein bisschen Battlefront, wie ihr es seht. Und ich habe mich einfach dazu entschlossen, dass ich, auch wenn das alles ein bisschen komplizierter ist, mit Aufnehmen bei mir wegen meinem Audio-Treiber, das einfach trotzdem durchzuziehen. Mit Notlösung und Kranz. Und euch mal ein bisschen was von der Final-Line-Party hier zu zeigen. Alter, Movement. David. Halt! Halt! Du bist der Boss! Warum habe ich dich gerade gepackt, oder wie der Boss ist? Halt! 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 Da hättest du nicht mehr lenken, da kann er gar nichts mehr. Doch, ich kann lenken, da hast du es nicht gesehen. Hast du es nicht gesehen? Also ich hab nicht nur noch geklappt. Ne, ich freue mich. Was? Das Licht legerst du. Ein bisschen Sparnak, oder was? Hey, sag mal, was ist denn eigentlich mit der Dusche los? Weil in der Dusche muss man irgendwie darum fangen, ob man entweder verbrannt oder verkühlt wird. Hattest du das auch, dass dir auf einmal mitten kalt wird? Jede Minute, jede Minute. Das hatte ich auch. Da hatte ich ja richtig Angst, weißt du? Könnte ich gar nicht anfangen mit die Haare. Vielleicht kommt ja wieder die kalte Scheiße daraus. Ja, das sind Heike. Kalte Scheiße. Heike hat nicht gegossen, Mann. Ja, oder hat es bei irgendjemand in der Küche am Wasserhahn? Ne, das hab ich auch erst gedacht, weil das bei uns zu Hause auch so ist. Ja, Mati. Ich hab nichts gemacht, Mann, immer wenn ich mich schuldig. Ich lasse euch. Nein, das war echt keiner am Wasserhahn. Ja, okay, weil ich hätte schon gedacht, ihr wollt mich trollen, weil das alles ist wie im gleichen letzten Erklang. Ja, ich heute Morgen auch. Das ist einfach so. Ja, ne, okay, dann ist das einfach nur total fällt. Ein echter Mann durchspielten. Ja, wie ist das? Ein echter Mann durchspielten. Deine Asuna zuurteilen, okay. Ja, meiner Visualer, schau mal dich an. Ja, das müssen wir jetzt so mit Facecam machen, weg mit der Boden. Okay. Langhafte! 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 Oh! Hier ist halt! Ich bin einig, Alter! Okay! Ja, sie haben mich klar. Haha, da ist auch mal ihr ... Das war Philipp raus. Ja, ich kann gar nicht. Wie ist das denn noch? Wie ist das denn noch? Okay, alt ist Roll? Oh, ich werde schon mal machen. Oh! Ein PH! Halt? Ist es so, ist es halt? Es ist ja dauerlaute. Es ist ja dauerlaute. Ja, ne, aber wenn ihr es wenigstens... Wenn ihr es wenigstens lockt, dann würden wir den Bündel nicht. Ich will da auch nur mitmachen. Echt? Soll ich auch keiner mitkriegen? So! Jeder will da mitmachen. Wir sind echt, wir sind echt. Wir sind echt, wir sind echt. Mein Name. Wir haben ja keine Zeit. Tausend Wadesachen laden. Ja! Wadesack Nova Style! Alter, da haben wir dann echt schnell ein Foto machen müssen. Scheiße! Doch, doch! Was war das überhaupt für ein Zeug? Das waren die Schwimmluden, die du noch mal hast? Wadereifeln rummatt? Unterwasserhandel. Und auch seine Rescue Blätter. Ja, ja. Ich tauch nie ab. Floating Fille. Ja, Fille so und Fille so. Ich hab das nicht getrachtet. Hauptsache, ihr könnt. Hauptsache nur Rumi Jumping, ey. Ja, das ist wie dein Ersten. Ja, gell? Ja, Mann, ich will mich auch. Ja, da kommst dein Mann. Ey, das ist gut. Du musst David hätten. David spielen. David ist hier viel zu gängig. One Start. Ach, die stehen... Nee, bei den Noobs ist das sogar komisch. Ja, dann wieder Noobs. Dann laufen sie wieder komisch. Nee, David. Das ist einfach... 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 Nee, Philipp, das letzte Mal war das vom alten Gummibärchen-Clan. Alter, Gummibärchen. Nee. Wie lernt das eigentlich hier mit eurem Gummibärchen-Clan? Weil ich hab ja da keine Ahnung von... Ja, ja. Also ich kann mich noch an das Video erinnern, wo David hat mal so ein Video dann am Ende gepostet. Memories of the Gummibärchen-Clan war so ein Fail-Block. Da war ich dabei. Da war ich dabei. Da war ich dabei dabei. Ob ich damit dahin steigen kann. Du musst ganz ruhig sein mit deiner Fraction. Er hat aber MSI... Er hat aber MSI vor Synth benutzt. Was heißt? Ja, das ist so ein ganz bekanntes Lied. Von MSI, das hat Synth benutzt, das hat Portrait benutzt. Und... Also, ihr sagt hier schon mal Pink Elephant benutzt. Das ist halt falsch. Hey! Darf ich sie anfassen? Wie bist du? Ja, natürlich. Darf ich sie anfassen? Ich hab dir nicht die Hände gemacht. Das ist sinnvoll. Dann machst du dir Hals. So, ich hab hier drei Mentors. Ja. Hier. Hier. Damit schiebt die Hand absichtlich, nicht weil er zocken muss. Ja, jetzt ist... Kaum wieder entstanden ist du da. Es gibt auch nämlich jemanden. Ganz ehrlich, an mir ist Mentors irgendwie voll vorbeigegangen. Was ist an dir nicht vorbeigegangen? An dir ist Pokémon vorbeigegangen. An dir ist... Ich hab auch gern mal... Ja. Nein. Okay. Wie kann Pokémon an meinem vorbeigangen? Ich versteh's nicht. Das ist zu hoch für mich. Wenn man keinen Gameboy hatte, dann verstehst du schon. Nein, aber man muss es doch einmal mehr gespielt haben. Nein, aber mein Cousin hatte so'n Gameboy. Und der hat halt an jedem Gelegenheit... Ob's der Hauptzeitstag meiner Großänderer war. Okay, das ist echt nicht so interessant, aber... Ja, aber... Es... Aber wirklich, der hat kein Wort gekriegt. Er hat nur an dem Team gezockt. Dafür... Das ist einfach so als tief begreifender Ass wirklich eingegangen. Und deshalb hab ich mich nie so einen Teil geholt. Es war relativ früh im Gesicht. Ich hab dich DSP gefreundet, nie ein Zwischen zu werfen. Ich hab leider diesen Zwischen zu werfen. Failed. Eine Name. Oh! Ahaha! Penispumpe ich treffig. Mentos into picture. Das... Da werdet ihr euch ja ab, diese... Bauchschmerzen. Bauchschmerzen? Ja. Wenn wir... Ne... Wenn wir... Wenn wir... Wenn wir bei Mattis Reis noch keine Frau beschweren... Hey komm! Der Reis war doch nur halb pro! Ne... Der Reis war aber gut! Hat das ganz... Was ist positiv, der Reis war halt gut? Nein, er war... Er hatte Biss. Er hatte Biss. Aha! 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 Naturreisaldenze, ey! Das war auch der Fail, einfach nur! Mal sehen und wenn wir aufmachen... Nachdem wir im Aldi... Für ne Viertelstuhl den Reis gesucht haben... Haben wir dann geguckt... Ja, was wäre denn einigermaßen machbar... Schatz, wir waren bei Edeka. Ja, okay, wir waren bei Edeka. Was hast du Schatz gesagt? Ich bin doch nicht zu dir, Schatz, Alter! Wieso nicht? Warum wohl? Erzähl mal! Also... Wenn es Grenzen gibt zum Sprengen, ja? Dann bist du derjenige, der sich jedes Mal sprengt. Ich bin der Sprengleister... Ich bin der Sprengleister... Deswegen könnt ihr auch Bumpen... Ja! Ich bin der Bumpenmann! Und ich helfe Sion... Ich verstehe es immer noch nicht... Woher kommt er eigentlich? Woher kommt er? Es hat keinen Sinn... Okay... Es ist eigentlich das zweite Mensch an... Random! Ja! 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 Erzähl mir das! Ja, ja! Ich kann jetzt gar nicht so viel in die Zufi-Hörerschaft hier mit einbinden, weil die Videos werden komplett ohne den Einfluss von Newfoundation aufgenommen, weil wir mehr oder weniger vom Internet abgeschoben sind. Und jetzt kann ich auch nicht fragen, ob ich dieses Format völlig mehr das machen soll, sondern wir das einfach tun! Naja! Ich bin gestorben! Naja! 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 Man bräuchte es immer noch so eine kreise Stratkamera hier oben drauf, dann würden alle feiern... Hallo, David! Hier! 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 Und zwar können wir ein bisschen CD4 spielen, ein bisschen Blur spielen, wieviel... Ja, kannst du denn eigentlich? Ich kann relativ lange aufnehmen, also ich kann wahrscheinlich... Wenn ich Glück hab, so 500 Minuten... Ja, ist so offen, ja. Ich... Ich klebe gleich... Und, Spieler! Was hab ich damals gemacht? Ich hab das auch damals in der Zeit lang gemacht. Bis dann hab ich das Programm Aimpoint gefunden. Ha? Dann hab ich das Programm Aimpoint gefunden. Das ist aber das Problem, dann sind die Frags nicht mehr clean. Außerdem ist das richtig Lappenhaft. Ja, hab ich auch grad gedacht. Bis dann hab ich die Frags landen können. Ha? Bis dann hab ich die Frags landen können. Ach so! Aber er ist clean, ich sitz neben ihm. Neben dem, neben dem... Der drückt der einfach nur. Der drückt der einfach nur. Der drückt der einfach nur. Der hat weder Crosshair noch Punkt. Der ist einfach nur... Der ist einfach nur... Der hat so ne Brücke, dass der ausschaltet. Ha, 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 ha. Der hat mit DSP rüberstoft. Guck mal was. Der hat halt ne... Ich hab so... Ich hab keine... Ah, äh... Hallo! Hallo! Was ist das eigentlich Todspiel, Alter? Das ist ja eigentlich ein Kreis, ne? Das ist ja eigentlich ein Kreis, ne? Wie gesagt, ich bin Raubel. Ja, wir könnten gleich noch Raubel spielen, aber... Aber nehmen wir auch... Oh, David! 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 Nie wieder will ich das passieren. Ja, Kashyyyk mit Panzer, oder? Ja. Natürlich! Und dann auch die Bäume. Nein, Kashyyyk, Kashyyyk Jagd! Ich hab David geküllt. Bitteschön heute noch? Sollen wir auch irgendwann nachher nur ein Jagd spielen? Was ist Jagd? Nein. Endoyang! Nee, damit kommt der Mokko! Nawuja! Weißt du mal? Nawuja! Wenn ich so ein Chains spiele. Mokko war auch nicht unfair, oder? Nee, ja nicht. Also wenn man... Ich kann Limit schnell nehmen. Mit dem Bonf geht's noch. Also aber... Man könnte eigentlich Endoyang spielen one on three. Das geht. Das geht. David darf... David als Devon gegen uns. Ach... Ach... Ach so? Die wachsen auch so geil, ne? Ja. Mit dem scheiß Stein und... Was? Ich mag die Steine. Ist aber gut, mach ich. Lass dich wieder weg. Mehr so... Wer im Kopf so... Ja, das ist ja... Gibt's hier das... Eisfahren? Ab Ruhe, wir können auch mal bisschen zu uns essen. Wir haben so viele Möglichkeiten heute Abend. Ja, lass uns alle nicht füllen. Jetzt doch... Wir lehnen das schnitt bei uns immer ab. Das ist eine schöne Ziehseite. Ne, nur bei David, oder? Oh, wirklich David? Boah... Weißt du jetzt aber langsam wieder mal? Es ist ein Tick einmal... Es hat aber auch immer... Ich hab ja jetzt einen. Ja, dann... Probier doch gleich mal. Ich bin nämlich unbedingt DSP abgefahren. Also... Boah... Du bist voll abgefahren. Ja... Ja... Du bist voll abgefahren. Ich war ja... Voll laser wie du warst. Eindeutig. Das ist... Neu... 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 Ich kann nicht überhaupt... Ich weiß... Ich bin immer noch... Manchmal wollen aber... Komm... Das ist englisch... Neu... 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 Ja... Du hast 71 Kills... Nur weil ich so... Weißt du... Afghana... So... Ah... Ja... Neu... Das muss ich ja dazu sagen... Ich muss mich ja um diese Installation kümmern... Ja... Muss ich auch... Ja... Aber in der Zeit hab ich ja nicht so viel zu fressen bekommen... Ich hatte ja nur... Ey... Ey... Slow clap... Ich komm jetzt nicht mit jedem... Oh... Ach... Ich komm nicht klar mit der Sniper... Ne... Ich komm einfach nicht klar mit der Sniper... Ne... Ja... Und ich finde wieder... Aha... Smoke every drop... Smoke weed everyday... Neu... Was war das jetzt? Das war mein Mecker den ich gestellt hab... Ähm... Den ich mir schon seit 2011 stelle... Immer mit dem Displays verweise... Yay... Das ist echt so... Eingriffen jetzt... Und... Marcel... Ich muss ihn noch holen... Ich muss ihn noch holen... Eben... Ich sage... Ich muss ihn noch holen... Holen... Und... Und... Damit sag ich... Danke für's Zusehen der ersten Folge von der Final LAN Party... Und... Der letzte älteste... Und... Philipp guckt grade ganz creepy zum Fenster rein... Ja... Voll... voll... Ich fand ich auch David Gämpel... Das ist so lustig... Ihr wusstet das sehen... Aber ihr werdet das... Werdes... Häufiger sehen heute Abend... Hoffe ich's Mal und Sobsanfeln zu sehen... Bis zum nächsten Mal... Tschüss.